9. Dezember Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Wunderweiße Nächte Von Rainer Maria Rilke Es gibt so wunderweiße Nächte, drin alle Dinge silber sind, Da schimmert mancher Stern so lind, als ob er fromme Hirten brächte, zu einem neuen Jesuskind. Weit wie mit dichtem Diamantenstaube bestreut, erscheinen Flur und Flut, und in die Herzen, Traumsgemut, steigt ein kapellenloser Glaube, der leise seiner Wunder tut. Ende von Wunderweiße Nächte Aufgenommen von Cara Schallenberg www.kray.org Am Mittwoch, 25. September 2013 Weitzehn in San Diego, California. Am Mittwoch, 25. September 2013